Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit dem lieben Marc und der Sonja auf der mittleren Map unterwegs. Wir hatten eine super spannende, aber auch mega actionreiche Runde, in der ich nicht zu viel verraten möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Wir sind schon wieder hier. Na, man sieht ja bei uns, wir haben ja auch den Hunter noch nicht und die Kiste. Arden? Oh nein, ich habe drei große Balken. Fuck. Und nu? Lawson? Ist sehr gut, Raphnix, tatsächlich. Ähm, Hydration trinke ich tatsächlich. Dieses, ähm... Erdbeerkäse? Erdbeerkäse? Erdbeer-Kiwi? Erdbeer-Kiwi? Boah. Dieses Erdbeer-Kiwi, Strawberry-Kiwi finde ich sensationell. Wirklich richtig gut. Ähm, hör auf zu lachen, Mann. Ich sag das immer auch noch nicht. Ähm, und die Eistees sind eigentlich alle gut. Langsam wird es Zeit für Feier ab. So hat es gestern auch angefangen. Kann das bitte einer klippen, den neuen Geschmack? Erdbeer-Käse? Erdbeer-Käse? Das war doch bei Nadina doch Erdbeer-Käse. Kasse? Ach, und Leute. 50% im Crytek-Store mit dem Code 1049. Mark, hast du gehauen? Ich hab gehauen. Okay. Flip, dreht durch. Mo, mag ich tatsächlich super gerne. Ich hätt gern mal den Boss bei Sweetbell oder Foie. Hm, Sweetbell. Nee, Foie brauch ich nicht. Sweetbell ist besser. Oho ist hier. Oh. Der ist er. Ist es rot? Nee. Wir haben noch kein Häufchen. Nee. Oh, er flüstert aber laut. Weil er rot ist. Ja. Da muss jemand sein. Kriegen wir den nicht aufgedeckt, wenn man ins Wasser geht? Ach, guck mal, da sind sie. Da sind sie. Geh doch mal ins Wasser. Ich war doch gerade. Also, Mark war doch gerade. Der ist ja fast tot. Schieß mit Gift drauf, Jan. Ja, aber wo? Ich wusste nicht, dass er aufgetaucht war. Da hinten. Im Gebüsch. Hat Hit. Sehe ich leider nicht. Ist da hinten verschwunden. Er soll mal wieder auftauchen. Ich höre ihn laufen da hinten. Ich habe ihn gesehen, kurz. Heilige Makrele. Galt das mir? Ich dachte, du hättest mit der Silencer geschossen. Jetzt kann er mit schlafen. Leck mir mal. Standst du nicht links neben mir? Nee. Sonja? Nein. Ach. Ich bin hinter dir. Einen habe ich. Ja, schöner Schuss. Habt ihr sehr gut gemacht. Was ist das? Necro. Ich möchte nicht looten. Das ist mir zu gefährlich. Sonja, wenn du magst, zünd an. Ich will auch nicht looten. Ich komme da nicht wirklich dran. Nee, nee. Den, sorry. Den anderen. Den ich hier. Ben es ist doch gleich durch. Ich schlängel mir gleich die Bauen und dann schaue ich erst mal. Okay. Man müsste so aus der Ferne looten können. Was glaubst du, wie schnell Daniel als erstes diesen Trade hätte? Der würde über einen Compound sitzen, warten und dann würde er Schlange machen. Loot-Schlange. Jetzt habt ihr den Scheiß echt geklippt. Ich glaube, die waren nur zu zweit. Ja, einer ist ja nach hinten weggelaufen. Den, auf den ich am Anfang geschossen hatte. Ah, okay. Aber ich habe ihn halt nur von hinten gesehen. Da hätte ich gesagt, das war der Weihnachtsmann. Ich glaube, ich habe einen Cain gesehen. Ich sehe nur in der Richtung, Mitte bis weit, zwei Mann. Dann lass uns zum anderen Boss. Die machen den gerade. Oh, da sind drei Mann. Hier sind zwei Mann. Kommst du weg? Ja, aber die heben ja. Ja, lass sie doch aufheben. Große Bounty ist wichtiger. Laufen gehört. Ich habe Soundbuck. Hier vorne reagiert ein Armut. Warte, ich schaue jetzt vielleicht noch mal. Ja, einer ist irgendwo oben, Bosshaus glaube ich. Und zwei sind unten gewesen. Und die halt hinter uns. Wir haben einen Wagen hier auf der Brücke, ne? Also, so früher. Ja, ich brauche Moni. Jetzt bin ich erstmal hier rein. Oh, ich habe eine Frack bekommen. Oh, ich habe eine Frack bekommen. Ja, ich komme so schnell wie ich kann. Einen habe ich. Nice. Ich habe einen hier draußen. Nice. Ich schaue mal. Ja, einer noch hier drinnen bei mir. Und zwei außen. Wo außen? Er hat noch komplett hit. Ich war noch komplett außer Compound gewesen. Ich höre den hier links. Hinten auf dem Dach. Ja, die anderen sind. Oh mein Gott. Da hast du nicht mit gerechnet. Ne, habe ich auch nicht. Ne, der. Die anderen kommen. Achso, ich habe hier die Spritze drin. Achtung. Ne, ne. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hallo. Oh mein Gott, Sonja. Ach, Jan. Was? Jetzt hast du mir die Beaten gebracht. Es tut mir leid. Ich schwöre, es war keine Absicht. Die sind weg. Och, Tina, Sonja. Ich war einfach mal. Ich war voll erschrocken. Hier, außen. Ja, ich bin low. Ja, ich auch. Und vergiftet. Ein Hit. Das sehen wir, den ich schon mal erschossen habe. Ja, er vergiftet. Der Schneemann. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Das ist noch einer. Das ist noch einer. Hab ich. Zweimann, Bosshaus. Das war Sonja, der Flumi. Slippen, bitte. Ich war gar nicht drauf. Da war ich doch gar nicht drauf. Ich war doch noch am Leben, ne Nase. Ja, deswegen sieht man ja, Sonja, den Flumi. Ach so, ja, stimmt. Oben am Fenster und auf dem Dach. Habt Fenster. Nice. Ich geh ran. Einer nur noch auf dem Dach. Welches Dach? Hinten, das. Oh, Aim Punch. Hat Hit. Oh, nice. Ich push. Push. Hier links. Ich kann da nirgendwo durchschießen mit meinem Gift-Scheiß. Info, wo? Ich guck's doch grad da. Hier unten. Da unten. Hat Hit vergiftet. Hab ihn. Nice. Sehr schön. Oh, was ein Stress. Hat einer Geier von euch? Nein. Alter, was ne Stressrunde. Nee, ich hab kein Geier. Wo ist denn da jetzt gelandet, der Kackbock? Also, Sonja, der Flumi war total gut. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab's nicht wahrgenommen. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Das war richtig gut. Da war jetzt mehr los, als ich mir erwünscht hab, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, das war die panischste. Ah, scheiße. Jetzt hab ich... Mensch, Rainer, ich hab's schon wieder vergessen. Das müssen wir als YouTube-Video nehmen. Ähm, Uncut. Oder war da viel Gelaufe drin? Nö. Nö, eigentlich nicht. Dann müssen wir ein Outro einsprechen. Aber wir haben kein Intro eingesprochen. Das ist ja auch scheiße jetzt. Ich berichte dann. Ich bin sehr gespannt. Bin wirklich sehr gespannt. Ich bin gespannt, wenn der Erste schreibt, ich hab Bad Hand bekommen. Bin gespannt, was Mark bekommt. Ähm. Weißt du, Flippo-Face? Dankeschön für dein Follower, mein Lieber. Ja, habt ihr mitgekriegt. Eigentlich wollte ich die Runde... Oder hab ich's rausgeschnitten? Nee, hab ich nicht rausgeschnitten. Ich wollte die Runde eigentlich so, wie sie ist, hochladen. Jetzt hab ich mich aber doch erbarmt und hab noch, ähm, die Runde geschnitten. Sonst wär's einfach zu lang gewesen. Wir hatten ganz, ganz viel Lauf zwischendrin. Habt ihr gesehen? Wir sind ja oben bei Solters gestartet und dann so rumgelaufen. Es hat ewig gedauert. Ähm, jetzt ist es eine kurz knackige Runde geworden mit 13 Minuten 20. Oder 13 Minuten, keine Ahnung, irgendwas. Ist doch auch ganz gut. Ähm, zur Zeit sind Drops. Wisst ihr Bescheid? Ähm, einfach bei mir einschalten. Könnt ihr alle Drops farmen. Wirklich alle. Ähm, wie das funktioniert, kommt ihr einfach in den Chat und schreibt Ausrufezeichen Drops. Und dann, ähm, seht ihr zwei Links. Den ersten klickt da an, connectet euch mit eurem Account. Entweder Steam, Xbox oder Playstation. Und dann könnt ihr die Drops bei Twitch abholen. Ist auch, ähm, der Link verlinkt dann. Ähm, ja. War eine unfassbar kuriose Runde. Wirklich absolut kurios. Sonja ist da tatsächlich rumgepftet. Wie ein Flummi, habt ihr gesehen? Ähm, ich hab den Schneemann angeschossen. Wie ich auf Schneemann komme, weiß ich auch nicht. Und was mir hier auch wieder mal aufgefallen ist. Ich wiederhole immer alles. Ganz furchtbar. Ähm, aber da hat gestern, äh, die Sonja gesagt. Hauptsache, ähm, ich wiederhole. Also gut, wenn ich das wiederhole, dann weiß ich wenigstens, dass ich sie gehört hab. Weil ich höre ab und zu mal nicht zu. Die Leute, die mir live zu gucken auf Twitch, die wissen Bescheid. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Wir haben es unfassbar spät, weil ich jetzt jeden Tag acht bis zehn Stunden streame. Das ist echt lange. Ich bin auch fix und alle. Jetzt gleich ab ins Bett mit mir. Und, ähm, wir sehen uns heute ab 14 Uhr auf Twitch. Denkt an Game.de, die sind unten verlinkt. Holi ist unten verlinkt mit zwei Rabattcodes. Ähm, unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen sensationellen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch bis Open End. Oder morgen 9.30 Uhr auf YouTube, wenn ich es schaffe, eine zu schneiden. Ich muss mal gucken, wie lange ich streame. Haut rein. Tschüss.